So, wir haben hier die neue Gamping-Lampe von Phoenix, der CL26R, hat ein paar weitere Funktionen im Vergleich zum Vorgängermodell und auch noch etwas mehr Leistung. 400 Lumen Maximum, 400 Stunden Laufzeit auf der tiefsten Stufe. Wir haben hier Micro USB-Eingang, das heisst wir können die Lampen direkt per USB aufladen. Oben ist ein Stativ-Gwing vorhanden. Und dann haben wir hier separat noch unten eine Abstrahlmöglichkeit und zusätzlich hier der Batterie-Standsindikator. Wir richten jetzt hier auf, 4 LEDs, ist also komplett voll oder fast voll. Wir können dann die Lampen so einschalten und dann durch die einzelnen Stufen schalten. Geht dann hier zusätzlich in der Funktion nur um 180 Grad Abstrahlwinkel haben und nur 360 Grad kann je nachdem sehr praktisch sein. Und können hier noch mit dem mittleren Knopfdruck die Beleuchtung haben, separat, je nachdem in einem Zelt kommen. Separat mit einem Doppelklick kommen wir hier in den roten Modus. Nochmal ein Klick schaltet dann hier den Blinkmodus auf, im roten Leuchtmodus. Doppelklick geht dann wieder rot durch. So sieht die Lampe aus. Wenn ihr noch Fragen habt, findet ihr weitere Infos auch unter www.phoenix-schweiz.ch oder auch unter www.muelleraltor.ch Jetzt bedanke ich mich für das Zuschauen und ich freue mich je nachdem auf eure Nachricht oder auch auf eure Bestellung. Merci.